Okay, willkommen zurück in Paris. Ah. Nimbostratus. Sowas ähnliches kennen wir doch schon. Aus Gipm war das, glaube ich, ne? Aus Gipm war das, glaube ich. Aus Gipm war das, glaube ich. Aus Gipm war das, glaube ich. Tja, du bist da zu. Äh, du? Moment, warte. Oh. Schade, aber anders komme ich hier auch nicht ran. Gibt es hier irgendwo so einen Mondschalter? Nee, sieht auch nicht so aus. Ja. Okay, dann muss ich jetzt also warten, bis meine Hexenmacht sich wieder aufgeladen ist. Das ist ja doll. Oh man. Oh man. Wohl. Hm. Ich fällt dir ein, mich zu schlagen. Hä? Ist ja wohl ein Unding. So, Moment. Äh. Hä? Da lang. Äh. Völlig verwirrt ich bin. So. Schuss durch eigene Truppen? Ist nicht gut. Oh nö. Aber. So. Einmal umschubsen das Ding. Das ist auch schon eine Mechanik, ich bin noch nicht so von überzeugt. Aber hey. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Äh. Oh, da oben ist ein Herz. Guck mal. 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 Na Moment, mal Moment, Moment, Moment. So nuanciert ist das hier nicht. Ey, das ist ja. Nur eine Sekunde vor. Ja, so. Okay, versuchen wir es mal so. So. Nicht auf die drauf. Nicht? Alter. Hä? Okay, ne. Verstehe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Gucken wir nochmal. Also, was? Ein Geier. Und wann? Jetzt ist das Herz nicht mehr da. So. Das Tolle ist ja auch, die Zeit hat gerade zurückgespult, obwohl ich den Stick gar nicht bewegt habe. Ich habe ihn in einer Position festgehalten. So, was bringt mir das? Hm. Okay. Machen wir hier mal kurz ein Cat. Das muss ich mir ehrlich gesagt in Ruhe nochmal durch den Kopf bringen. So. Muss ich ganz ehrlich sagen gerade, ne. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Äh, ne. Ich glaube, das ist der richtige Weg, aber... Da habe ich ja auch noch gar keinen Bock drauf. Okay. Äh. Muss das so sein? Dass ich jetzt aus Paris raus bin? Okay. Und denn? Oh Gott, was ist das jetzt hier? Wehe, wieder irgendwas. Weinsammeln. Oh Gott. Alter. Was ist das denn jetzt? Oh nein. Wirklich? Oh. Oh, no. Na. Das war. Oh, so. Junge, Kamera und steuerungstechnisch ist das immer noch, eieieieiei, aha, guck, da, ja, da, ja, aber auch ein Tempo vor, oh, okay, Hallöchen, ah, Alter, Moment, was? Nein! Und rüber, so, hui! Okay, was nur, weiter geht die Verfugungsjagd, sagst du? Alter, Jagd, come on! Äh, ja, Alter, komm doch, äh, ja, natürlich, wollt ihr mich verarschen? So, Alter, ey, Mann, ja, halt, ist jetzt aber gut, Alter, ey, boah, geht mir doch nicht so auf den, geht mir nicht so auf den Puffer, du dreckiger, Alter, ey, das ist unglaublich. Mein Gott, im Himmel geht der mir auf den Sack gerade, boah, er soll sich verpissen, ey, meine Fresse. Und auch wieder diese dreckige Steuerung, es ist, oh, ey, so sehr ich das Spiel und die Story eigentlich mag, aber die Steuerung und die Kamera sind zum Kotzen. Sorry, das kann ich nicht netter sagen, aber das ist echt. Das ätzt mich nur noch an. Alter, Junge! Oh, Fängel, Alter. Okay, du willst von mir persönlich aufs Maul, ich merke das schon, meine Fresse. Äh, 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 äh. Junge, 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 Junge. Ah, ja, ja. Oh, komm her, ja. Ich hab mich gerade mit dem Bus geschlagen. Oh, jetzt komm her, ja. So, hier, frisst das. Alter, sag mal, Junge! So, Feierabend jetzt, Mann! Alter! Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Also, gerade ist halt wirklich wieder so, meine Fresse. Ich will das Spiel ja spielen, es macht ja auch Spaß, die Story ist ja geil und alles, aber im Moment fühlt es sich echt so, als würde es mir einfach nur mal eine Zeit stellen. Okay. Oh. Mami! Ach du Scheibenkleister, okay? Äh. Ähm, okay. Wo ist er? Moment, was jetzt? Hä? Äh. Äh. Äh, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber, äh. Willkommen? Willkommen zu der Handling Puppet Shoe. Winnemann? 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 Äh, das Ding kenne ich doch. Das war's für heute. Äh, okay. Achtung, Schande. Okay, Moment. Äh, okay. Ah ja, jetzt. Wir holen jetzt ein geheimes Item. Was für ein geheimes Item? Was ist wählend? Achtung, okay. Jetzt ist es so eine hier. So wie R-Type. Dann fläht das Ding aus. Jawohl, Mondperle. Nice. Nehme ich. Danke. Okay. Oh Gott, ist das ein Storwart? Oh Gott, ist das ein Storwart? Oh Gott, ist das ein Storwart? Okay, jetzt haben wir plötzlich wieder die Sicht. We all love them! Okay, die Umbra-Turmur. Oh Gott, ist das ein Storwart? 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 Okay. Sorry, dass ich gerade sehr wenig rede, aber... Hä? Okay. Reasons haben wir es bald. Das ist sowas relativ bald. Junge. Alter. 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 Mama! Forget about me! Destroy this abomination! Now! Now! Thank you, Sereza. Thank you. And I thought we would be coming friends. Na, das hat ja mal, äh, gar nicht so geklappt, hätte ich jetzt gesagt, ne? Hm. Der kleine Schlingel. Na gut. Was willst du machen? Hat er uns wohl verarscht. Na gut. Untertitelung des ZDF, 2020